Geht schon? Geht schon? Machen wir den Deckel auf. Das ist nämlich ein ganzer guter Effekt, das ist hier bis dahin mit dem Salz nicht. Das ist ja nichts dabei. Jetzt machen wir. Das ist halt auch. Weißt du was? Ich habe einen Besuch von Bären gekocht. Gibt es das da durch? Ich weiß... Noch ein Bier. Das Alzin, lieber Marmeladen. Ist schon? Ja. Ich habe da im Fernsehen uns das im Lager, dass du das jetzt gehört. Also, ich kann versankt man wieder. Und dann mache ich besser, als wenn man das kauft. Das zeigt. Das hat doch kein Geschmuck. Nein. Wir haben die gerade.